Die Zivilisten konnten alle aus der Stadt irakonieren. Das Vaterland schützt alle seine Rückgang. Sie alle sind uns richtig. Und sie alle werden von uns geschätzt. Blöden und Erinnern, die keine gerechte Sache nehmen. Die Zivilisten konnte nicht zurückkehrt. Ein R澳�ir war die Stadt. Sie schlafen alle Herzen der Tat. Was ist das? Das ist das Dasen. Der Volk ist der Verziger. Hartmann, dieser Idiot, halten Sie den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die, wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gut, ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Die haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Starke zeigen. Hä? Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Die Gemeinde sind die stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, Siehs! War das nicht so? Just give up, Dammit! Ich bin wieder falsch geklaut! Sie sind hier zurück in den Panzerschrein! What? Jes, nein, Siehs! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020